Es kommen neue Geschichten über die Kardashian-Welt hoch. Und zwar, dass ihre Reality-Show zu einem Magazin passt, das über ihre Geheimnisse berichtete. Laut Radar Online muss die Geschichte in der Sendung Keeping Up With The Kardashians zu den Berichten passen. Es gab da zum Beispiel einen Bericht im Jahr 2012, dass Chris und Bruce Jenner Eheprobleme hatten. Und in der letzten Staffel startete die Sendung mit Bruce, der aus dem Familienhaus auszog. Und dann gab es da noch die Geschichte über Khloe, die nicht die biologische Tochter von Robert Kardashian ist. Fünf Monate später wurde in der Sendung ein DNA-Test gemacht. Es gibt allerdings keine Beweise dafür, dass die Geschichten bereits schon vorgeschrieben sind. Es ist zumindest gut für die Einschaltquoten. Das ist für manche Leute ja auch einfach das Wichtigste.